Die Welt hat sich verändert und keiner von uns kann wieder zurück. Wir können nur das Beste tun und manchmal ist das Beste, was wir tun können, neu anzufangen. Und das mache ich auch. Und dadurch, dass sich die Welt in den letzten zweieinhalb Jahren ziemlich stark verändert hat, habe ich gedacht, wieder ein Projekt zu machen, einen Neuanfang zu beginnen. Und wie kann man das besser tun, als ein Projekt wieder zurückzuholen, wo mindestens zwölf Fahrer wieder zurückkommen zur Mario Kart 8 Deluxe Challenge. Und damit ein herzliches Willkommen zu dieser Ankündigung. Es ist Sonntag, der 27.03. und ich hoffe, dass wir ab April, also in genau zwei Wochen, in eine bessere Zeit blicken. Ich habe mir so meine Gedanken gemacht seit Dezember, habe mir eine Switch geholt, habe Mario Kart 8 geholt und da kam wieder so dieses Kribbeln, wo ich dachte, mein Gott, man muss doch wieder mal mit ein paar zusammenkommen und eine coole Zeit haben. Und im Prinzip ist es genau das, was ich hier gerade probiere und versuche, euch wieder zusammen zu bekommen, damit wir wieder eine geile Zeit zusammen haben, damit wir wieder zusammen sind, zusammen Spaß haben und wieder gemeinsam aneinander genießen können. Das, was die letzten Jahre einfach nicht war. Deswegen bin ich total stolz und glücklich, nachdem ich jetzt wirklich sehr, sehr lange Vorbereitungszeit in dieses Projekt gesteckt habe, euch hier anzukündigen, dass es eine achte Staffel geben wird, der Mario Kart 8 Deluxe Challenge. Ich habe das Gefühl, dass ich bei dem langen Titel immer irgendwas vergesse, aber ich glaube, das war richtig. Ja, ich komme mal zum eigentlichen Input nach zwei Minuten Gequatsche. Ihr seht im Prinzip das Wichtigste, seht ihr eigentlich schon in der Folie, die ich angefertigt habe. Ich habe mir überlegt, die letzte Staffel, Staffel 7, ist 2014. Also das sind jetzt sieben Jahre, die jetzt ins Land gegangen sind. Keiner weiß mehr genau, was ich damals gemacht habe. Und ich möchte mich da so ein bisschen rantasten. Deswegen habe ich mir etwas ausgedacht, habe mir meine wirklichen Gedanken gemacht, wie ich so eine Rückkehrer Staffel machen kann und planen kann. Und ich bin mal sehr gespannt, wie es läuft. Die wichtigsten Dinge fasse ich euch einmal kurz zusammen, worum es geht, was auf euch zukommt und ja, auf was ihr euch freuen könnt natürlich. Im Prinzip ist erstmal geplant sechs Spieltage inklusive einem Warm-up. Wobei ich gerade sagen müsste, das ist eigentlich falsch. Das heißt exklusive Warm-up. Das Warm-up ist separat, also haben wir im Prinzip sieben Spieltage, aber nur sechs offizielle. Das Warm-up, was eigentlich so dazu dient, in zwei Wochen, nachdem sich alle angemeldet haben, dass man sich einmal begrüßt, man macht so eine kleine Begrüßerrunde, dass man sich einmal gehört hat, dass man schon mal so die ersten Grand Prix, so ein Rennen gefahren hat. Und das werde ich dann aufnehmen, werde auch ein Highlight-Video draus schneiden. So ein kleines Beschnuppern, so ein kleines Kennenlernen ist das, was man so dann so über acht Strecken hat oder so. Und damit fängt das an und dann gibt es sechs Spieltage, an denen ich mir was Schönes überlegt habe. Es gibt verschiedene Strecken, die wir fahren, ein verschiedener Modus, völlig eine bunte Mischung, was ich mir da zusammengewürfelt habe. Und ich bin mal sehr gespannt auf eure Reaktionen darauf und vor allen Dingen auf die Fahrer und auf euch, die dann das Ganze mitmachen. Ich habe gedacht, sechs Spieltage reicht erstmal. Das sind sechs Wochen, also im Prinzip mit dem Warm-up sieben Wochen an Sonntagen. Und was danach kommt, muss man dann gucken. Ich bin erstmal voll fokussiert und konzentriert auf diese achte Staffel. Und da wird es sicherlich in der neunten Staffel, wenn es dann die gibt, sehr, sehr viele Ergänzungen geben. Ich hatte wunderbare Gespräche mit Leuten, die mir noch Ideen mitgeteilt haben. Und da kann man so viel machen. Also richtig toll. Kommen wir zurück. Also ihr könnt euch anmelden auf meiner Internetseite. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Habe ich mir Mühe gegeben, um das einigermaßen übersichtlich zu machen. Das ist jetzt nicht die mega professionelle Seite. Es ist aber auch nicht 0815. Es funktioniert alles schon so, wie es funktionieren soll. Klickt einfach mal drauf. Dann könnt ihr euch durch die Navigation da klicken und dann wisst ihr eigentlich relativ schnell, was da Geschichte ist. Wichtig zu sagen ist, es gibt sechs Spieltage. Die werden jeweils an Sonntagen stattfinden um 19 Uhr. Ich werde das Ganze aufnehmen mit euch zusammen in einer Discord-Runde mit hoffentlich dann zwölf Spielern, wo wir uns dann gegenseitig auf die Fresse hauen, auf gut Deutsch. Und ich werde dann im Nachhinein nach dem Spieltag sonntags abends ein Highlight-Video schneiden und das Ganze gekürzt montags auf dem YouTube-Kanal veröffentlichen, was dann für die jeweiligen Zuschauer und Beobachter der Mario Kart Challenge im Prinzip dann von Wert ist. Natürlich könnt ihr Fahrer das auch gucken und bewerten und was auch immer. Ich habe mich dazu entschieden, für die sechste Staffel die Bearbeitung relativ strikt zu halten. Also ich möchte das nicht ganz aus dem Rahmen platzen lassen, sondern eher noch so gedämmt. Es ist eine Rückkehrer Staffel. Ich möchte ruhig anfangen und für alle soll einfach der Spaß überwiegen. Das ist das Wichtigste. Deswegen werde ich auch kein Rohmaterial hochladen. Ich werde nicht die gesamten Aufnahmen hochknallen, sondern wirklich nur die Highlight-Clips. Und da werde ich mir natürlich Mühe geben, dass mir das hoffentlich richtig gut gelingt. Also Spieltage sonntags 19 Uhr und die Veröffentlichung der Highlights jeweils montags, irgendwann am Tag. Vielleicht mache ich das dann auch, wenn man sich das besser merken kann um 19 Uhr. Keine Ahnung, ich weiß es noch nicht. Mir war wichtig, dass bei allen sechs Spieltagen individuelle Herausforderungen stattfinden. Das heißt, es gibt jede Woche was anderes. Klickt euch auf die Homepage, die Spieltage, alle Modus, alles ist hinterlegt. Ich habe mir was überlegt. Lest es euch durch und schimpft darauf, dass wir ein 50-Cubik-Rennen fahren. Aber ich finde das einfach lustig. Also wir haben sicherlich auch Mitspieler dabei, die nicht so gut sind. Ich gehöre da auch zu. Ich werde da eh außer Konkurrenz fahren. Aber ja, für die Pro-Player sicherlich mal was anderes, 50 Kubik zu fahren. Es wird maximal zwölf Spieler geben. Es gab in den vergangenen Staffeln ja auch tatsächlich mehr als zwölf Fahrer, wo ich dann zwei Gruppen gemacht habe. Das werde ich nicht machen. Ich werde diese achte Staffel auf zwölf Spieler begrenzen, falls es überhaupt mehr werden sollten. Bin überhaupt glücklich, wenn sich überhaupt dann elf Leute mit mir dann zwölf melden. Ja, dann ist der Anmeldeschluss. Ich gucke gerade auf den Kalender. Wir haben heute den 27. Nächste Woche Sonntag. Also im Prinzip haben wir jetzt eine Woche Zeit, um die ganzen Leute zu sammeln, die da mitmachen wollen, die sich das überlegen. Und bis nächsten Sonntag 18 Uhr habt ihr euch Zeit, euch auf der Internetseite anzumelden. Ganz wichtig, bei der Anmeldung bitte füllt alle Felder aus. Euer Nicknam, eure Discord-ID, weil wir über Discord weitestgehend kommunizieren und eure E-Mail-Adresse einfach senden. Und bei den Bemerkungen könnt ihr dann irgendwie noch so eine Hass- oder Liebeszeile schreiben. Das ist mir egal, wie ihr wollt. Habe ich nicht rausbekommen bei der Homepage, also keine Ahnung. Klickt da irgendwas rein. Mir ist das egal. Wichtig ist Name, Discord, E-Mail und alles ist gut. Schiedsrichter und Ausrichter ist ein Thema, das habe ich auch in den Regeln nochmal detailliert beschrieben. Ausrichter bin natürlich ich. Ich organisiere das Ganze und habe den Plan und er bin im Prinzip der Ausrichter des Ganzen. Schiedsrichter ist Tyro. Ein paar von euch kennen ihn sicherlich, die Leute, die in den vergangenen Staffeln dabei waren vor sieben, acht Jahren. Das ist ein Mensch, den ich seit über zehn Jahren kenne, der wirklich ein sehr sozial gebildeter Mensch ist und total unparteiisch ist und sich auch öfters gegen mich als Ausrichter gestellt hat. Also ihr braucht euch da keine Sorgen zu machen, dass der in irgendeiner Art und Weise da nicht gerecht beurteilt. Und der ist halt dafür da, dass die Regeln eingehalten werden, die ich vorgegeben habe. Und ich war eh außer Konkurrenz. Also ich habe da eh nichts von. Mir ist tatsächlich das Wichtigste, dass wir alle eine schöne, entspannte und geile, aufregende Zeit haben und uns einfach darauf freuen, uns sonntags immer zu treffen. Und wenn uns das gelingt und wenn ich das Gefühl habe, dass es euch auch gefällt, dann ist das für mich eigentlich das größte Geschenk. Gerade jetzt in dieser schwierigen Zeit, diese Corona-Scheiße und Kriegsscheiße und alles brauche ich jetzt nicht aufzugreifen. Aber das ist einfach für mich so das Wichtigste. Es gibt viele, die in ein Tief gefallen sind durch die ganze Situation. Ich kann mich da ohne weiteres mit zuzählen und freue mich dann einfach darauf, euch wiederzuhören und mit euch zu zocken. Das wird sicherlich eine mega geile Zeit. Ja, alle Links und Infos findet ihr in der Videobeschreibung, wie bereits erwähnt. Link zur Homepage, Twitter und ich weiß nicht genau, was ich da noch so reinschreibe. Ein bisschen war es. Natürlich auch die Discord-ID kommt bitte auf den angesprochenen Discord, damit wir alle zusammen kommunizieren können. Das ist wichtig. Auf der Homepage gibt es auch Chats und da werdet ihr auch ein Konto anlegen bei der Anmeldung, wo man dann die ganzen Beiträge kommentieren kann und diskutieren kann und so. Aber das wird jetzt in der achten Staffel noch nicht so wirklich, das wird jetzt noch nicht so relevant sein. Das wird sicherlich später mal interessant werden, aber jetzt in der achten Staffel. Das ist jetzt ein lustiges Feature, was man hat, muss man aber nicht, kann man machen. Ja, zehn Minuten habe ich voll. Ich habe mir gedacht, so zehn Minuten reicht. Das passt auf den Punkt genau. Ein, zwei Sachen noch zur Internetseite. Ist relativ schlicht gehalten. Gibt aktuelles, Spieltage, Regeln, Anmelden und Historie. Bei Historie habe ich so ein kleines bisschen aus der Vergangenheit geplaudert, wie die ganzen Staffeln aufgebaut waren und was das für Erfolge oder halt Misserfolge waren. Es wird einen eigenen Community-Bereich geben. Auf der rechten Seite, das seht ihr dann mit Login und mein Konto. Der Link zum YouTube-Kanal, wo die Videos hochgeladen werden. Und es wird auch in der Zukunft dann noch einen Bereich geben, der dann mich speziell anspricht, wo man dann vielleicht ein bisschen was von mir erfährt. Daran arbeite ich noch nebenbei. Aber das wird kein großer Bereich werden, sondern es ist mehr so für neue Leute, die das dann sehen und sagen, ach guck mal, wer ist denn der Dude, der das ausrichtet, damit die sich so informieren können, wer ich bin, was ich mache und so. Also das ist jetzt alles recht grob gehalten. Ja, ich freue mich auf euch. Ich bin froh, dass die Katze jetzt aus dem Sack ist und dass es jetzt losgehen kann. Ich bin mega gespannt auf eure Reaktionen und wer sich alles anmeldet und werde mich dann nächste Woche Sonntag an dieser Stelle wieder melden mit allen Teilnehmern. Mal gucken, wie viele es werden. Und dann werde ich euch ein kleines bisschen heiß machen auf das Warm-Up dann am 10.04.2022. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen restlichen Sonntag und vor allen Dingen einen guten Start in die neue Woche. Bei vielen wird das gute Wetter jetzt leider aufhören. Es kommt jetzt eher eine kältere, nassere und vielen auch mit Schnee. Von daher genießt noch das schöne Wetter. Lasst es euch gut gehen und bis nächste Woche Sonntag. Danke für eure Aufmerksamkeit. Ciao.